Informationen für Personen in Erstaufnahmeeinrichtungen Wenn Sie im Ausland eine berufliche Qualifikation wie einen Ausbildungs- oder Studienabschluss erworben haben, können Sie jederzeit versuchen, diesen Abschluss in Deutschland anerkennen zu lassen. Das wird Ihnen den Einstieg in den Arbeitsmarkt sehr erleichtern. Lassen Sie sich hierzu von einer Anerkennungsberatungsstelle informieren. Sie haben Fragen oder brauchen Unterstützung? Wir helfen Ihnen gerne. Unter der folgenden Internetadresse finden Sie die Projektpartner in Ihrer Region.